hallo freunde hier haben wir jetzt ein dacia duster baujahr 2010 ich zeige euch jetzt mal wo der obd stecker versteckt ist jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich was sucht der gute mann auf dem beifahrersitz ganz einfach weil hier am handschuhfach der obd stecker versteckt ist heißhandschuhfach aufmachen bisschen leer räumen hier ist der obd stecker drin jetzt muss man oben und unten einmal drücken dann kann man die kappe abziehen und dann sieht man schon da hinten in obd stecker weil wer es nicht weiß der sucht ewig und drei tage danke fürs schauen